Das letzte kleine Thema ist das Verwenden von Tastenkombinationen und Hotkeys in OBS. Das hat folgenden Hintergrund. Es kann schon mal sein, dass man ganz gerne in irgendeiner anderen Software als OBS unterwegs ist und jetzt gerne die Aufnahme starten möchte, ohne dass man einen Fensterwechsel macht in OBS, auf Aufnahme klickt, dann wieder zurückswitcht. Denn diese ersten Sekunden sind dann natürlich im Video drin und müssten hinterher manuell rausgeschnitten werden. Wenn man so faul ist wie ich und sagt, ich möchte gerne Videos produzieren, wo ich am besten gar nicht hinterher schneiden muss, ist das natürlich indiskutabel schlecht. Also kann man in OBS hingehen netterweise und kann über Einstellungen und Hotkeys hier Aufnahme starten und stoppen definieren über eine Tastenkombination. Diese Tastenkombination funktioniert auch immer, egal in welchem Fenster oder welchem Programm man gerade unterwegs ist. OBS hört im Hintergrund mit und weiß, wenn ich STRG 1 drücke, fange ich an aufzunehmen. Man muss hier natürlich eine Tastenkombination wählen, die jetzt in den anderen Programmen keine Probleme macht. Wenn man jetzt zum Beispiel LibreOffice nutzt und da drin dieses Präsentationsprogramm, da hat STRG 1 eine Bedeutung. Da geht irgend so ein Untermenü auf, ist mir dann mal aufgefallen. Das ist natürlich schlecht. Da muss man sich ein bisschen mit der anderen Software auseinandersetzen und gucken, dass man hier irgendeine intelligente Kombination findet, die nicht irgendwas komisches erzeugt. Wenn man das macht, hat man eben den Vorteil, dass wir nicht mehr diese Fensterwechsel haben zu Anfang und Ende des Videos. Entsprechend können wir quasi mehr oder weniger das Video fertig machen, klicken die Tastenkombination für Stoppen, in meinem Fall STRG 2 und das Video ist fertig und wir können es hochladen. Wir gucken uns vielleicht das nochmal an und gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist, aber wir müssen nicht mehr schneiden. Soviel dazu.